Ja, aber Mama macht zwar sauber, aber Mama meckert auch die ganze Zeit. Was, hört sich da nicht so gut an? Achso. Ähm, so. Äh, 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 äh. Wir brauchen noch 50 Dollar. Wir müssen lernen. Das ist so fest. Und wir müssen arbeiten. Wir müssen, wir müssen Geld rankriegen. Sechs Stunden. Und dann gehen wir nochmal arbeiten. Auch nochmal. Wir tragen jetzt einfach mal zwölf Stunden Zeitung aus. Das ist mir kacke egal. Hauptsache ich kriege meinen neuen PC. Okay, dann haben wir einmal geschoppt. WB Gabel, grüße. Okay, jetzt gehen wir nochmal shoppen und dann, äh, nochmal ackern. Mutti kommt bestimmt gleich wieder ein Zimmer. Du hast nicht gelernt. Dafür war ich arbeiten. Was ist jetzt nur wichtiger, ja? Geld oder Lernen? Okay, eigentlich. Ja, wir können den neuen PC kaufen. Total übermüdet holen wir uns den jetzt. Einkaufen. Einkaufen. Ackern. Ackern. Bisschen hustlen. Hammer hustler. So, ja, PC-Gehäuse ist das zwar, aber ich gehe davon aus, dass das, äh, ja, als neuer PC zählt. Kaufen. Ja, wir haben einen neuen Rechner. So, der wird gleich wieder geliefert. Jetzt kommt Mutti erstmal meckern. Oh, Mutti hat, oh, Mutti ist stolz auf mich. Sehr gut, du hast eine Menge in dieser Woche gelernt. Wenn du es so weitermachst, bekommst du vielleicht ein Geschenk. Ui, wir bekommen ein Geschenk. Aber ich verstehe halt nicht, wir sind immer noch scheiße vorbereitet. Ich möchte auf jeden Fall ja mal eins haben. Bam, wir haben nur einen Rechner, Leute. Und wir müssen schlafen. Kann ich den neuen Rechner nicht mal, äh, anschließen und ausprobieren. Und danach wird auf jeden Fall nochmal gelernt. Ich muss, ich muss ein gutes, äh, eine gute Arbeit machen. Denn dann kriege ich Kohle von Mutti. Und danach ist auch wieder die, ne Cosplay-Party und auch Summer Green Festival. Du verlierst Abonnenten, du solltest mehr aufnehmen. Ja, sorry. Guck mal, chatten haben wir abgeschlossen. Das ist nicht einfach. Man hat ja viel zu tun, als YouTuber. Wir gehen auch essen, äh, haben natürlich den Chat abgeschlossen. Kriegen 4000, geil. Okay, wir können, äh, wieder... Für 120 Call of Fury. Ja, Call of Fury machen wir. Geil, haben wir wieder ein Spiel umsonst gekriegt, bis 29. Sind noch sechs Tage, okay. Fünf Tage. Wir gehen lernen. Das Spiel ist da, wir haben ein neues Spiel bekommen. Natürlich machen wir, natürlich machen wir es auch. Bam. Call of Fury. Sehr schön. So, dann gehen wir essen. Und dann würde ich sagen, machen wir das Gameplay gleich. Oh, das hat ein Hundertprozent. Da müssen wir auf jeden Fall ein paar Videos aufnehmen. Achso, soll ich Gameplay machen oder soll ich... Ja, Gameplay. Gameplay von Call of Fury. Zack, zack. Gameplay starten. Da müssen wir auf jeden Fall ein paar Folgen raushauen. Weil die, weil... Wir, äh... Weil das hundertprozentig angesagt ist. Hey, warum... Warum nimmst du das jetzt nicht... Video fortsetzen? Können wir jetzt eigentlich hier noch was ändern? Reparieren? Aufrüsten? Aufrüsten können wir nur kaufen. Niedrige Auflösung. Ja, ich brauche eine neue Cam, aber ich kann auch keine neue Cam kaufen. Kein Filter. Okay. Wir haben ein Gigahertz Geschwindigkeit. Aber aufrüsten können wir, glaube ich, nicht, oder? Nehmen wir den Monitor. Ey, warte mal. Wir können ja nur eine Maus kaufen. Sie ist neu, oder? Monitor kostet 150, aber die Maus ist schon mal ganz geil. Wenn du nichts unternimmst, ist unsere Freundschaft zu verbessern, wird sie bald... Äh, wird sie enden. Chill mal. Kann er nur wieder sabi gewesen sein? Oh, what? Ich will doch nicht zur Disco. Ich habe keine Zeit. Ich muss doch hier Events starten. Okay, wir haben das Festival. Da haben wir Tickets. Ab geht's zur Disco. Oh, wer ist er denn? Ötzi. Maximilian. Profil ansehen. Er ist ein Genie. Okay, dann gehen wir mal hin. Den will ich mal bei den Freunden haben. Über Kurse reden. Das ist so ein Student. Mit dem muss man über Kurse reden. Blablabla. Ach, guck mal, der macht gar nicht Blablabla. 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 Bäm, haben wir bei Freunden. Sehr schön. Oder bei Bekannte, glaube ich. Solange ich mit dem noch... Blablabla. Mal gucken, ob der über Leute reden möchte. Blablabla. Ja, er möchte über Leute reden. Können wir nochmal... Blablabla. So, den dürften wir da jetzt fast fertig haben. Blablabla. 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 Okay, da sind auch Vertreter. Okay. Hier sind auch Vertreter da, Leute. von großen Firmen. Da steht Sabi am Rand. Die Frage ist, wer sieht aus wie ein Vertreter? Wer könnte ein Vertreter sein? Hier, er vielleicht? Die Frage ist ja... Habgier? Warte mal, der hier könnte doch... Der muss doch früher mal eine Party veranstalten. Okay, den haben wir schon mal bei Freunden. Blablabla. 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 Den machen wir uns mal schnell zu richtigen Freunden. zu den richtigen Freunden. Okay, wir haben noch eine Minute, um den rumzukriegen. Aber es schaffen wir. Ähm... Achso, das dürfte reichen. Hom, red schneller! Jaja. Fast voll! Ich bin sicher, was? Okay, haben wir den schonmal? Aber der war es auf jeden Fall nicht, glaube ich. Haras, vielen Dank für den Follow. Herzlich willkommen. Dankeschön. Wen haben wir hier noch? Die kennen wir schon. Irgendeiner muss es ja sein, den wir nicht kennen. Das ist ein Koch. Der hat Kochen, weil Kochen ist auf jeden Fall nicht... ...Habgier und Mode. Vielleicht werde ich über Partys quatschen. Tatsächlich. Ja, wir gehen in die Hose. Ich gehe jetzt. Jeder hat heutzutage einen Kanal. Okay, jetzt müssen wir gucken. Bis 29. Wir haben den 26. Wir müssen jetzt unbedingt das Gameplay-Video machen. Aber eigentlich müssen wir noch schlafen. Baaah. Bam, level up, Baby. Du hast eine neue Videokategorie freigeschaltet. Ich habe angefangen, neue Zuschauer zu bekommen und hatte gleich das Bedürfnis, mich vor die Kamera zu setzen und meine Gedanken mit ihnen zu teilen. Manche konnten... äh, manche konnte ich das bei einer Veranstaltung einfach nur auf meinen Charakter klicken. Okay, nice. Also, wir machen jetzt Vlogs, oder was? Wie nackt was? Followen. Gyrox Gamer. Herzlich Willkommen. Ähm, wir haben ein Level Up. Level Up Before I Go Go. Wir haben auch 20. Jetzt müssen wir auf jeden Fall das Gaming-Video machen. Kostet es, was es wolle. Äh, die Frage war... Ich muss es wieder wegmachen. Und zwar von... Ja, genau. Gameplay. Gameplay. Game of Fury. Machen wir natürlich ein Gameplay-Video. Starten das Ganze. Okay, ich brauche mir nicht eine neue Webcam. Das nächste, neues Mikro brauchen wir auch. Fortsetzen. Yes. Call of Fury. 001. Ich baller alles weg. So. Deutsch. German. Let's Play. So. Klischee erfüllt. Lade das Spiel. Wir machen natürlich eine coole Begrüßung. Oder wir machen eine tanzende Begrüßung. Tanzende Begrüßung. Okay. Im Ladebeschirm. Sinnloser Kommentar. Ernster Kommentar. Und lustiger Kommentar. Okay. Gab schon mal keinen Minuspunkt. Erstes Spiel. Was? Erstes Spiel. Lernen, wie man es spielt. Ja, machen wir mal professionell, würde ich sagen. Sehr schön, haben wir einen Pluspunkt bekommen. Finde ich gut. Im Hauptmenü, kurzer Kommentar, sarkastischer Kommentar, lustiger. Wir machen lustigen. Okay, schon mal kein Minuspunkt. Eine Zusammenfassung des Spiels wird angezeigt. Einfache Verabschiedung. Winkel der Verabschiedung. Abspannen. Wir machen Abspannen. Bäm. Mal einen Pluspunkt bekommen. Das wird auch wieder ein super Video, Leute. Was habe ich eigentlich für Sachen an? Das gibt es ja gar nicht. Okay, das ist der Start. Das passt schon mal sehr gut dahin. Jetzt brauchen wir zwei oben. Ja. Zwei unten haben wir nicht. Schade. Ein Leck haben wir hier oben. Aber finde ich nicht schlimm. 20 Stunden braucht es zum Hochladen. Wann mussten wir das bereitstellen? Am 29., oder? Das schaffen wir. Nein, das schaffen wir nicht. Doch, schnell. Schnell. Das schaffen wir. Das schaffen wir gerade so. 24 Stunden hat das Ding. Und 20 Stunden brauchst du zum... Jawohl, das schaffen wir. Das schaffen wir. Bis 29. Ach, Sabi möchte mit mir ins Kino. Sabi, es tut mir leid. Ich kann nicht. Ich habe zu tun. Konstruktive Kritik. Intro mit Logo. Formelle Begrüßung. Ich finde ja konstruktive Kritik ganz cool. Mach ich auch öfter mal. Ja, auf jeden. Das ist ein guter Titel für Fall of Fury. Das machen wir. Das machen wir. Merke ich mir. Gleich mal. Das kopiere ich mir gleich mal. Ja, oder Sassoon rastet aus. Ist auch mega gut. Okay, wir gehen essen. Das ist nicht, worum ich dich gebeten habe. Ich dachte... What? Ey, leck mich. Ohne Witz. Warum? Da stand es so 20 Minuten braucht es, bis es fertig gerendert ist und hochgeladen ist. So. Das verstehe ich jetzt überhaupt nicht. Das nervt mich jetzt schon ein bisschen. Ariana will sich mit mir unterhalten. Ariana Grande, oder wie die heißt. Ne, mach mal. Ne, danke. Jetzt nicht. Nervt nicht. So, okay. Wir müssen auf jeden Fall noch lernen. Ich möchte hier eine dicke, fette Eins haben. Denn dann gibt Mutti Kohle. So, ich muss doch gucken. Vlog. Wir haben Vlog freigeschalten. Vlog. Vlog, wie auch immer. Eine neue Karte haben wir bekommen. Wir können das bewerben. Okay, wir können das nicht bewerben. Warum können wir... Oh, das gibt's Abos. Wir können aber nicht... Achso, weil wir kein Geld haben. Ja, ich möchte mich mit dir nicht unterhalten, Mann. Lass mich in Ruhe. Warum muss ich denn... Ah, wir haben ein neues Event. Okay, wir haben jetzt lässig. Sportkleidung formal. Was? Wo gehen wir denn eigentlich hin? Zur Disco? Äh... Da finde ich lässig eigentlich doch ganz cool, oder? Ach, das war die Cosplay-Party, oder? Aber ich hab halt aktuell nichts anderes. Ich kann nicht, äh... Wir müssen so gehen. Und danach ist Prüfung. Wie sind wir denn vorbereitet? Och, einmal lernen hätte gefehlt. Schade. Oh, hier, die hat bestimmt was zu sagen. Habgierig. Da können wir auf jeden Fall gleich mal mit Geld reden. Über die Yacht reden. Videospiele machen wir hin, machen wir aber wieder weg, damit ein anderes kommt. Über rumreden. Da können wir uns jetzt gegenseitig... Okay, Bekannte nennen. Sehr schön. Die ist doch Koch, oder sowas. Blablablablabla. Blablablabla. Blablabla. 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 Oh, rum gefällt dir gar nicht. Aber Geld. Über Geld willst du wieder reden, weißt du? Dreimal sogar. Ich hab genug Geld, um mir ein Anwesend im All zu kaufen, aber ich weiß nicht, wie das geht. Weißt du das? Du würdest mich das sagen, nicht wahr? Vielleicht. Wer die die ganze Zeit über Geld reden will, Alter, ist ja unnormal. Müsst du doch schon reichen, glaub ich. Mach's gut, Geldschutz. Vielen Dank nochmal fürs Hörsen. Dankeschön. Es ist gestern durch mein Fenster gekommen. Ich lass mein Fenster immer offen, für den Fall, dass ich wiederkomme. Blablabla. Blablabla. Ach Mensch, ist ja auch eine Kostümparty, die geht als Koch, Mann. Manchmal musst du ja auch mal ein bisschen nachdenken. Blablabla. Okay, ist irgendjemand als Zombie oder so verkleidet? Das wäre natürlich mal Jackpot, wenn man sich mal hier so einen Typen angelt, der was zu sagen hat, so dass man vielleicht, ähm, weißt du, dass man vielleicht hier, ihr wisst schon mal irgendwelche Jobs kriegt oder so, aber ich glaube, Profil ansehen, Genie, alles Genie ist hier. Voll die Studentenparty. Die Türsteher ist auch im Schlüssel. Ja, ja, die nervt, ey, ganz schön, die Ariana. Alles Genies, Alter, hier, die steht so abseits, guck mal. Komm, dann gehen wir mal hin. Santos. Santos, den kennen wir doch, oder? Das ist ein Partytier, alles klar, mit dem können wir auf jeden Fall. Ich glaube, da will ich über Dings reden, war klar. Aber da haben wir eh nichts zu verlieren. Ja, darüber willst du reden, über Partys auf jeden Fall auch. Bla, 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 bla. Wir können uns jetzt bekannter, vielleicht, was? Ich weiß nicht, ich war mit dem Sprich und ich habe gehört, äh, bla, ja. Ja, bla, 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 bla. Bla, bla, bla. Wir haben noch eine Minute, den rumzukriegen. Ey, weißt du was? Konnten wir nicht? Ich dachte, wir konnten floppen oder sowas. Schaffen wir das nur 40 Sekunden, den noch rumzukriegen? Ja, schaffen wir auch. Was ist los, Abi? Okay, wir tanzen. Oh Mann. Quatsch, ich flirte da gar nicht. Ich habe hier Kontakte geknüpft. Ich möchte mich nicht mit dir unterhalten. Hau ab jetzt. Bam. Bemerkenswert. 2 plus. Das gibt Kohle von Mutti. 50 Dollar. Schatten sollen wir 10 Mal. Wir sollen ein neues Spiel kaufen. Oh, Mutti ist da. Hey Chris, ich möchte ein Gaming-Video. Jo, machen wir. 162. 50 Belohnungen. Fantastisch. Okay, wann ist... Machen wir das vielleicht gleich zuerst? Okay, wir haben das Spiel. Und wir gehen mal... Okay, der PC ist schon wieder ganz schön gedamaged. Einladung zur Party. Nee, danke. Okay, schlafen. Essen. Video. Clan Wars. Aber... Zu wann? Ja, Clan Wars zum siebten. Man, die haben immer einen Zeitdruck, sage ich euch. Clan Wars machen wir. Boah, Call of Fury müssen wir auch nochmal aufnehmen. Boah, ich merke mir das immer nicht, Leute. Ob ich Gameplay oder Review. Ja, Gameplay. Zack. Gameplay. Zack. Wir essen, dann haben wir wieder volle Punktzahl. Und dann machen wir ein neues Video. Und Mutti wieder am schrubben. Oh, das hört sich so falsch an. Am putzen. Sehr schön. Ich brauche unbedingt ein neues Equipment. Clan Wars. 001. Sassoon rastet aus. Deutsch. Let's. Play. So. Weiter. So, du startest die Aufnahme. Wir beginnen mit einer coolen Begrüßung. Fahren fort mit. Zeit bevor das Spiel startet. Ein ernster Kommentar, ein lustiger Kommentar. Ja, ein lustiger. Oh. Minuspunkt. Das Spiel hängt sich auf. Mörderischer Blick. Haha, sehr gut. Spiel Intro. Äh. Wir haben nichts zum Lachen. Dann nehmen wir jetzt sarkastischen. ownedoder. Ah, guck mal. Abspann können wir sogar machen. Dü Küro. Dü Dü. Dü Dü. Das sieht gut aus. Unten? Ach, kacke. Den hat leider noch irgendwo dazwischen klemmen. So. Aber 25 auf Schnitt. Crazy shit. Wir rendern das Gute. Oh ja, ich gucke das Video 10 Mal. Wegen dem Titel. Okay, hochladen auf jeden Fall. Zum siebten. Das dauert jetzt drei Tage, bis das hochgeladen ist. Wir haben eine neue Karte. Wir können uns eine neue Karte aussuchen. Intro mit Logo, formliche Begrüßung. Formelle meine ich. Übergang ins Schwarze. Wir nehmen die formelle Begrüßung. Und müssen die auch mal wieder aktivieren. Warum? Ah. Tanzende oder formelle. So. So, hier haben wir keine neuen. Schade. Hier auch nicht. Okay. Haben wir eigentlich Punkt bekommen? Haben wir auch nicht. Was ist mit dem Vloggen? Teil deine Meinung zu Dingen mit deinen Abonnenten. Aber wie mache ich das? Das verstehe ich nicht so ganz. Ähm. Okay. Wir können eh gerade nichts machen. Wann ist der nächste Test? Wann müssen wir wieder schlau sein? Halloween Dance. Da brauche ich Kostüme für. Das ist kacke. Ne. Wir gehen lernen. PC läuft. Wir gehen jetzt eigentlich viermal lernen. Wir gehen jetzt eigentlich viermal lernen.